So, wir waren stehen geblieben vor der Höhle, wir haben die Schlüssel von der Höhle und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Ich bin schon ganz gespannt, das will ich jetzt echt wissen. Weil, boah man, aber es wurde ziemlich, am Anfang war das Spiel ganz anders, jetzt ist es ziemlich unheimlich geworden. Muss ich wirklich zugeben, mit dem ganzen Zeugs, was hier passiert. Schlüssel rein und mal gucken. Gut, bin echt gespannt. Was zur Hölle? Weil, äh, da stand ich so leer raus aus der Höhle, ich will doch eigentlich in die Höhle, um zu gucken, was da ist. Licht. Okay. Dann kann man hoch. Hier kann man bestimmt auch rein, genau. Hier hoch, wie schön gerade das alles ist, ne? Hier auch so ein, äh, voll ja geiles Stein, äh, zufällig, äh, gerade oder so. Egal. Diesen Spiel, da ist nichts so schlimm. Okay. Hier, oh, ist das? Achso, der, ein Ausgang. Ja, und jetzt? Hey, hey, bist du da? Ja, was ist es? Was hast du gefunden? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. Ja, jetzt nicht mehr. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So, so you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. Ah, I don't have any climbing equipment. Da war wirklich nix. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ja, also, zurück zum Turm. Alles klar. Irgendwie. Geh hoch. Oh, was ist denn das? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. A bunch of rocks stacked up, and he made a wall and a perimeter. Oh, God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it, because he was afraid of them. I mean, he was in the middle of really sprucing up the joint, when they left. I don't need it, right? The Massacre, I don't need it. I don't really need it. I just go on. So, something I've never told you, I want to talk to anyone about Brian. In regards to him being out here, he doesn't make it to me. I... They almost got busted. Brian liked to go out on the rainway of the tower and wave at the planes that dump water on fire and... Cracked rock. I got a call, because I told you that a kid was up in two Forks. I'm not going to go out on the rainway of the tower and... I'm not going to go out on the rainway of Ned. If I was out of the rainway of the tower, I would have been forced to leave and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life that Ned was going to bring him back to you. Not that it ended up happening. So, I'm not going to go out on the rainway of the tower. Theoretically no problem, but... I have nothing to use here as anker to use, to be able to stop. It's a bad thing. Then I think that there is another way... There is another way to go out. The should also be near to me, I think. Oh, yeah, yeah. Yeah, well, I'm going to go out on the road here. Yeah, I'm sure not going to go out on the road here. Yeah, there is certainly not going on the road here. Maybe I should go out on the road or something, but not. So, back to the cave probably not. There we are just first came out. Ahm... Ahm... Es gibt... Da hinten... Da waren wir jetzt... Hier äh... Geht nix... Hier ist die äh... Kleine... Das Versteck... Hm... Ah... Ja, habe ich was übersehen, hier. Gameboy. Äh, sowas ähnliches... Habe ich nicht. Ah... Ah... Ist das... Hier... Äh... Dies... Dies... Kann ich als Haken benutzen. Genau. Sind ja Haken. Jetzt kann ich... Jetzt kann ich hier... Was? In der Cave? Also soll ich jetzt doch in die Höhle zurück, oder was? Anscheinend... Äh... 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 Eben hieß es doch, ich soll zum Tower zurück. Und irgendwas holen, oder so. Jetzt soll ich wieder in die Höhle? Okay... Oder war das der Ober... Äh... Äh... Die... Äh... Überquest... Und... War das nicht hier die Höhle? Waren das? Ah ne, ich bin irgendwo runter gesprungen, ne? Ich mach's jetzt einfach, wie... Wie die gesagt hat, dass ich zum... Lookout Tower zurückgehe. Und dann... Wird wahrscheinlich wieder... Dann ruft sie wahrscheinlich wieder an und... Dann sehen wir... Also ich hab diese Teile ja jetzt nicht umsonst gefunden. Es ist ja klar, dass man die dann hier reinsteckt, ne? Genau. Um... Genau. So. Schön. Um da runter zu kommen. Ja. Genau. So. So. Zähnen. A- Wann hieß es da? Aliens. Wann hieß es, wirklich? Ich meine, wir müssen uns herausfinden. Was du glaubst? Aliens. Whatever es ist, sie wollen nicht dich sagen, niemanden zu sagen. Ich meine, sie hat die Tür kapiert, wenn sie... Wann haben sie mit einem Schraub oder... Ich habe dich mit einem... Bist du ernsthaft mit diesem Scheiß gerade jetzt? Ein Hachet. Gott, bist du sicher, dass du da wieder zurückkommst? Ja. Ja, besonders jetzt, dass ich mich über alle lustige Wäsche, um zu töten zu werden. Entschuldigung. Wo bin ich denn? Ich hoffe, dass du das, was sie da hängen, und es wird das Risiko wert. Ja, dann südlich. Also ist hier schon korrekt. Also einfach weiter. Ja, das ist. Gut. Super. Ja, vielleicht wissen die was. Kann sein. Ich glaube, wir würden sie fragen, was immer passiert, wenn sie nicht haben. Ich denke, wir würden es schmerzen, um die schlauenden Küche liegen zu lassen. Du bist wahrscheinlich richtig. Okay, Moment, eben war es doch Süden. Jetzt ist... Äh, jetzt laufe ich gerade wieder falsch rum. Das Südwesten, ja, 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 ja. Äh, cool, wenn es jetzt schneiden würde, irgendwie. Wird bestimmt gut aussehen. Aber es ist ja, äh, ich glaube, das ist im Sommer. Nicht im Winter. Weil die haben gesagt, dass es ganz heiß ist und so. Hey, ich steck fest. Okay. Ein paar Bugs stören nicht. Gab's ja noch nicht viele bis jetzt. Bin zweimal stecken geblieben. Oh, noch eine Höhle. Ist die gleiche. Ne, ist nicht. Ne, das ist nicht die gleiche. Doch. Also, jetzt wieder rein oder zum Lookout Tower? Ich weiß es nicht. Ich geh jetzt einfach nochmal rein. Ist doch egal. Gut. Ich hoffe, dass es richtig ist, so. Weil ich muss echt wissen, was da drin ist. Ich will es wissen. Und der Henry will es auch wissen. Ihr wollt es auch wissen. Alle wollen es wissen. Es ist einfach nur wichtig. Darum geht es ja in dem Spiel hier. Um das Ganze, um die... Das Geheimnis. Oh je, das war eben halt noch nicht so. Weil hier ist jetzt alles eingekracht, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt keine Scheiße gemacht habe, dass ich da jetzt hochgegangen bin. Weil hier waren wir eben ein... Uah. So, mal gucken. Ähm. Das geht aber tief runter. Ich hab... Ey, hier unten ist bestimmt irgend sowas. Da ist bestimmt ein Weg zur... richtigen Einrichtung von denen. Dieses Forschungsding. Oh, ne Leiche. Oh, Gott. Ich hab Brian Goodwin. Oh, der Arme. Der sieht aber nicht gut aus. Er ist tot, ne? Klar. Ja, egal. So, der ist bestimmt da runtergefallen irgendwo. Ich kann nicht rennen. Muss ganz langsam laufen. Das macht aber nichts. Okay, jetzt soll aus der Höhle raus. Also, die haben doch nicht wegen der Leiche jetzt die Höhle zugemacht. Zugeschlossen. Jetzt kann ich wieder rennen. Also, theoretisch war jetzt nichts in der Höhle, oder was? Außer die Leiche. Ich häng schon wieder fest. Irgendwo. Okay. Was ist da unten? Ja, geht's noch tiefer runter. Eigentlich würde ich mir das gerne mal angucken, da. Ja, sieh, die Höhle war zugeschlossen. Und einer wollte unbedingt, dass ich da nicht reinkomme. Deswegen hat er mir das zugeschüttet und die Tür zugemacht. Aber bis jetzt habe ich da jetzt nur die Leiche gesehen. Und das ist ja nichts Besonderes. Oder kommt da noch was? Ja, drück. Also, es sollte... Ja, toll, wieder da anfangen. Ja, super. Nee, nicht schon... Ich will ja nicht... Ich will raus. Genau. Da raus. Hier. Jetzt muss ich die Leiche... So. Hey, Dee. Da bist du. Ich habe mich überrascht. Hey, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Sorry, Delilah. Ich bin so sorry. About what? You're freaking me out. You're freaking me out. He's in there. What are you saying, Henry? The only thing in the cave is Brian. He's dead. His body is in the cave, Delilah. Got to be fucking kidding me. Got to be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think. Or made to look like a climbing accident. Who is out there, did it. They killed him. Can we just put this stupid shit aside for a minute? That boy is dead. He was just a sweet kid. They didn't kill him, okay? Why kill the boy? I don't know. What do we do now, Dee? I mean, are you okay? No. I'm not. He'd be alive, if I had told someone, he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you, it would not be rotting at the bottom of that cave. Hey, there's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Ja, war das jetzt alles, oder was? Tag 79. Mhm. Äh. Wie? Die ganze Forschungseinrichtung da? Wegen, äh, ähm... Und die Höhle zugeschlossen wegen der Leiche? Das werden wir, glaub ich, abgeholt. You see that plane? No. Uh, no, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Is this the big fire, or the site fire, or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. Are you about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Ja, I don't know. About how all this stuff is connected. The surveillance, the good winds, Brian's death? Hm. 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 I don't know if I even want to. Of course you do. There's gotta be a reason. There's gotta be a reason. Is there? Maybe. Maybe not. Alter, vor der Sturm. Well, fuck. Äh, for starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Äh, oh my God. We don't know what it is. It could be a mess. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay, yeah, ähm, look, you should pack up everything you need, in case we get the call and you can come back. Ja, okay, ich muss da jetzt runter. I'll remember you. Oh, well, that's nice. Gut, äh, jetzt gucken wir mal. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wie es geht. Also hier sind die ganzen Strich, äh, Punkte, da musste ich ja auf jeden Fall hin. So irgendwie. Oder doch nicht. Ich sehe halt auch nicht viel. Der piepst auch nicht mehr als vorher. Okay, jetzt muss es wieder irgendwo stärker werden. Hier. Westen. Oder nicht. Ging doch eben. Was? Hier. Ja, Westen ist schon, schon in Ordnung. Ich sehe wirklich fast gar nichts. Ja, Moment. Da ist nichts. Ja, hier war. So. Hier. Ja, nichts, passiert nichts. Ich glaube, ich bin nahe. Okay, well, ich habe gerade gesagt, dass sie uns kommen, um uns zu holen. Mein Platz. Du kürzt dich Angst. Nein, es ist... Es ist nur... Brian? Ich muss da runter. Nordwesten, ne, ich muss da runter. Aber ich muss da da irgendwie... laufen. Laufen. Komm, schneller. Und ich will jetzt wissen, was da piepst. Ja, ich weiß, ich muss wahrscheinlich hier lang. Genau. Nordwesten. Hier und außen rum. Es wird immer stärker. Es wird immer stärker. Oh. Henry. Achtung. Oh. Nett. Ja, du musst es finden, bevor es aufbaut. Wir haben uns ein paar Schmerzen gemacht. Jetzt müssen wir uns aufbauen, dass es fit für ein Leben ist, als das, was du zu finden hast. Du kannst es, wenn du siehst. Du kannst mich für mich aufhören. Not after bumping into your bank in May, down by the cave, for crock's sake. I've been up here for three years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a... She's a record you don't gotta flip. I can't understand why Brian took to it. What? She's not... she's not really, or what? About a week ago I stopped worrying about you finding anything out and... That's right, when everything went shit house with you. She's a record? She's a... a... a plate. You guys don't know anything about having kids. Nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down the lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know, I didn't kill him. We were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything, he just, he just fucking didn't sink his anchor the right way. Yeah okay, I mean. I thought about going back, having to answer questions, and having to get him put on the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. Eh, okay. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. No, he doesn't have it. You need to get back here. They say that the helicopters are making rounds. Okay. Mmhm. Wo? Da oben hin. Ah, nicht jetzt. Nicht jetzt. Speichern. Es wird wahrscheinlich, das nächste wird wahrscheinlich die letzte Folge sein, denke ich mal. Weil Evakuierung, Evakuierungspunkt. Gut. Wir sehen uns dann auf dem Weg dahin. Machen hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Die ver Gregorin. Das war's.